Die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel sind am Dienstag auch in der vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Während die Arbeitgeber weiter auf Einmalzahlungen beharren, fordert die Gewerkschaft eine dauerhafte, kräftige Gehaltserhöhung, wie Chefverhandlerin Helga Fichtinger sagt. Die Gewerkschaft habe einen neuerlichen Verhandlungstermin für den 29. November vorgeschlagen. Sollte es nicht dazu kommen, stehen Streiks am 2. und 3. Dezember im Raum. Aus Sicht der Arbeitgeber ist der Termin noch nicht fixiert. Wir müssen uns anschauen, wie wir weiter vorgehen. Reden kann man immer. Nur das Reden um des Redens willen, ohne die Bereitschaft aufeinander zuzugehen, wird eine große Herausforderung, sagt Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Treffelig. Die Gewerkschaft habe bei der Lohnforderung etwas nachgegeben und verlange nun 8,5 Prozent plus einen Mindestbetrag, sodass niedrige Einkommen eine zweistellige Erhöhung bekommen. Im Schnitt würde das Gehaltsplus 9,37 Prozent betragen, so Fichtinger. Damit wolle man den Wunsch der Arbeitgeber nach einer Abflachung entgegenkommen. Eine Einmalzahlung sei aber nicht akzeptabel. Die Arbeitgeber schlagen eine steuerfreie Prämie vor, die den Beschäftigten großteils noch heuer ausbezahlt werden soll. Seit Jahren wird mehr Netto vom Brutto gefordert, das wäre hiermit gegeben, so Treffelig. Es gehe eben nicht mehr so weiter, wie man es 40 Jahre lang gemacht habe. Man kann nicht sagen, ich habe mein Modell seit ewig und das fahre ich einfach weiter, findet Treffelig, der auch bundesweiter Handelsobmann ist. Er sagt weiters, ich muss eine Rezession, die vor der Tür steht, mitbedenken. Nun gibt es jedenfalls Betriebsversammlungen am 24. und 25. November. Sollte es aber bis zum 29. November keine Einigung geben, dann wird es im Handel erstmalig auch Warnstreiks geben, kündig Gewerkschaftschefverhandlerin Fichtinger an. Die Termine dafür stehen laut Fichtinger auch schon fest. Freitag, 2. Dezember und am zweiten Einkaufssamstag, dem 3. Dezember.